Ho 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 Freunde, viel Spaß mit dem neuen Minecraft Video und bewertet auf jeden Fall die Folge! Tschüss! Hä? 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 Wow! Warum ist denn das hier so kalt? Oh mein Gott! Wow! Was ist hier los? Oh mein Gott Leute! Wir sind auf einer riesigen Himmelsinsel gefangen! Und hey Freunde! Abonniert auf jeden Fall den Kanal hier, drückt rechts immer auf die Glocke, wenn ihr Teil der Icky-Army werdet und gebt dem Video ein Like! Also ein Daumen nach oben! Okay, Momentchen mal! Meine Freunde sind auch hier! Oh Flo! Aufstehen! Was? Dandy! Ey! Steh auf! Aufstehen! Wo sind wir hier? Ich habe mich schon geträumt! Leute! Ichi, wo sind wir hier? Wir sind auf einer riesigen Himmelsinsel! Schaut mal! Oh! 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 Dandy! Ist er runtergefallen? Dandy, wo bist du? Ich bin... Hä? Komm wieder hoch! Dandy, komm wieder hoch! Komm wieder hoch, Dandy! Okay! Ich bin getrollt! Du hast du getrollt! Leute, wir müssen irgendwie auf dieser Himmelsinsel überleben und dann müssen wir rüber auf diese Diamantinsel! Das ist eine Diamantinsel! Das ist ein Geschenk für uns! Oh mein Gott! So viele Diamanten! Schau mal, Dandy! Oh mein Gott! Ich will ja... Ah! Tschüss, Dandy! Tschüss! Oh Mann, Dandy ist so doof! Okay, Leute, was machen wir jetzt hier als erstes? Dandy, schaffst du es, da rüber zu springen? Klar! Und los! Nein, natürlich nicht! Dandy, guck mal! Ich habe es so gesehen! Habe ich gar nicht! Guck mal, hier ist Wasser für dich! Du hast Anlauf genommen! Oh, endlich Wasser! Süß Wasser, Gewässer! Lala! Ach, Dandy, du wäschst dich mal! Ich habe eine Idee! Wir können hier Holz abbauen, Leute! Ich baue hier Holz ab! Wisst ihr, was ich damit mache? Oh nein, wenn du ein... Wehe, du craftest ein Schwert damit! Ja! Ich werde der König der Insel mit meinen Schwertern! Nein! Ich hole jetzt auch Holz! Nein! Ich hole jetzt auch Holz! Du willst hier uns unterdrücken und über uns regieren! Das kannst du haben! Ja, weil ich der König bin! Du bist nicht der König! Wartet, ey! Bevor ihr Sachen craftet, chillt mal! Kommt mal her! Hallo! Ich habe doch gar nichts gemacht! Ich bin hier hinter dir! So, ich mache jetzt hier eine... Sowas hier hin! Eine Crafting-Bench! Und jetzt habe ich hier... Eine Pickaxe! Wartet! Jetzt mache ich uns hier erstmal ein paar Steinchen! Wollt ihr schon schaufeln? Ich befehle dir, aufzuhören damit! Was? Ich bin jetzt der König dieser Insel! Du bist eine Schildkröte! Du bist kein König! Icky! Hör auf! Du bist eine Schildkröte! Icky! Tschüss! Schildkröten-König! So! Ich sammle jetzt hier noch erstmal weiter... Wieso tauchst du nur immer wieder hier auf? Was ist hier los? Weil ich der König bin! Hör auf! Ich muss hier... Ach Quatsch! Ich habe einfach nur Dandy verzaubert! Der kommt immer wieder zurück! Ich muss jetzt hier erstmal... Ich halte gar nicht runter! So! Wartet! Ich mache uns erstmal hier in den Ofen! Oder? Pass auf! Ich mache uns auch erstmal hier schaufeln! Wer von euch möchte runtergehen und ein Loch buddeln? Wer traut sich das? Ich möchte runter! Oder du, Dandy! Okay, dann geh! Nein! Buffo will! Okay! Nee, nee! Wart mal! Dandy ist doch der Höhenmensch! Ja und? Du hast in der Mine gearbeitet! Dein Vater auch! Ihr kennt das richtig gut! Ja und? Komm! Ich kann das ja! Buffo muss das lernen! Deswegen geh runter, Buffo! Du brauchst praktische Erfahrungen! So! Leute! Ich habe jetzt hier eine Schaufel! Einer von euch muss jetzt runter! Ene, mene, mo! Und raus bis do! Also zu! Na gut! Aber Dandy kannst du mir auch noch Tipps geben? Du darfst dich zu tief buddeln! Sonst fällst du runter! Ins ewige Mu! Ins nichts! So! Na gut! Wo fange ich denn an? Ich habe jetzt hier etwas gebastet! Dandy, guck mal! So! Oh! Ein Ofen! Ein Ofen! Ganz genau! So! Jetzt gucken wir erstmal, was er hier unten macht! Ah! Okay, warte! Ich habe eine bessere Idee, Dandy! Ich mache uns... Was war? Wir beide werden jetzt mit einer Pickaxe runtergehen! Komm her! Hey Leute, Leute! Was ist los? Ich habe Kohle gefunden! Super, Buffo! Zeig mal her! Oh! Wie tief geht denn das hier bitte? Ich sehe gar nichts! Hier unten ist Kohle! Oh! Ich habe einen Apfel! Endlich! Oh! Ich nehme ein bisschen Kohle mit! Hier ist noch mehr Kohle! Wo seid ihr? Hier unten! Warte! Ich mache mal uns ein paar Fackeln! Ah da! Ich komme nochmal wieder! Hier! Guck mal, ich habe einen Apfel! Oh! Warte! Gleich bekomme ich Hunger! So! Nee, ich esse den nicht! Ich esse den nicht! So! Ich mache uns mal ein paar Fackeln! Vier Stück habe ich jetzt gemacht! So! Acht Stück! Und ich sammle mal ganz kurz noch ein bisschen mehr Holz! Oh! Noch einen Apfel! Ich habe auch einen Apfel, Dandy! Wuhu! Nice! So! Und! Ich komme, Buffalo! Zack! Ah, Buffalo, was geht! Und? Bist du fleißig am, 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 äh, beschaufeln? Natürlich! Aber warte, ich muss hier wieder zum... Wo seid ihr? Warum ist hier ein Baum gewachsen, hä? Weil ich einen gepflanzt habe! Warum machst du sowas? Ja, damit wir immer Holz haben! Das ist irgendwann leer! Ach, du hast recht! Natürlich habe ich hier einen Minecraft-Experte! Du bist gar nichts! Wir haben hier Licht! Endlich! Wir haben Licht! Aber hier hinten ist noch mehr Kohle gewesen! Komm mal her, hier, nimm mal das hier! So! Oh, Leute! Wir kommen hier richtig gut voran! Wenn es so weitergeht, werden wir gleich rüber zur Diamantinsel können! So! Aber warte, bauen wir nicht irgendwie was anderes, um das Diamant abzubauen? Irgendwie eine Spitzhack oder so? Eisen meinst du? Ja, dann müssen wir hier unten Eisen finden! Komm her! Äh, Buffalo, kannst du hier noch ein bisschen buddeln? Ich buddel und suche hier noch ein bisschen Kohle! Okay, Dandy, komm mal her! Komm mal zu mir! Wir buddeln hier einfach mal! Und suchen hier einfach mal nach Eisen! Meine Schaufel ging kaputt! Mach dir eine neue, Buffalo! Mach dir eine neue, Buffalo! Das kriegst du schon hin! Dandy und ich sammeln hier erstmal schön Eisen! Aber irgendwie finde ich gerade ganz... Oh, ich habe Eisen gefunden! Ehrlich? Ehrlich? Aber ich weiß nicht, ob das reicht! Boah! Guck mal, das ist eine riesige Ader! Ehrlich? Ja, komm her, wir sammeln das ein! Oh! Ich habe halt nur eine Holzspitzsacke! Du musst das halt abbauen! Warte hier! So! Ah, da ist die! Boah, wie viel? Guck mal! Wie viel ist das? Alter! Und jetzt, damit können wir dann Diamanten abbauen! Super, Leute! Wir kriegen bald die Belohnung! Das ist richtig viel Eisen! Juhu! Buffalo? Buffalo ist die ganze Zeit am Schaufeln! Buffalo, du kannst aufhören! Wo bist du? Buffalo! Reißt mal Maulwurf! Komm hoch! Ich mache Strip-Mining! Buffalo, entspann dich! Warte! Leute, lass mich doch mal durch hier! Ja, ich will halt auch raus, Icky! So! Okay! Oh, noch ein Apfel! Haben wir hier eine Truhe? Nee, okay! Wenn ihr unten Gold findet, dann lasst uns einen Goldäpfel machen! Vielleicht! Wartet mal! Ich weiß, was da drüben ist! Hä, was denn? Das ist eine Falle! Diese Insel da drüben ist eine Falle! Doch! Das ist keine Falle, Icky! Du siehst wie der Gespenster! Ja, 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 ja! Warte ab! So! Jetzt mache ich hier Eisen erstmal rein! Und jetzt müssen wir hier warten! So! Und ich sammle so lange mal neues Holz! Hat jemand noch Holz? Herr damit, 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 Herr damit! Nee, ich habe kein Holz! Du musst neues holen! Gib mir Holz! Ja! Super! Okay, Leute, wir müssen uns gleich mit dem Eisen, was da rauskommt, Spitzhacken machen! Und mit den Spitzhacken müssen wir dann Diamantfarmen gehen, okay? So, Icky, ich mache uns jetzt was hier zu essen! Und zack! So, ich habe jetzt hier auf jeden Fall eine Eisenspitzhacke! So, Leute, kommt mit! Wir müssen jetzt hier Eisen sammeln! Hier, ich gebe euch schon mal ein bisschen Holz! Damit könnt ihr euch, mit dem Holz, könnt ihr euch eine Eisenspitzhacke machen und da kommt ihr mit runter! Okay! So, Leute, wir müssen jetzt Diamanten finden! Okay! Ich habe Hunger! Diamanten, 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 Diamanten müssen... Ah, du hast es genommen, Buffalo! Mein Eisen! Ich habe nichts genommen! Doch, du hast mein Eisen gerade genommen! Leute, ich habe Diamanten gefunden! Er lügt, er lügt, er lügt! Warum soll ich nicht lügen? Wir sind doch ein Team! Ja, aber kann ja sein, dass du... Ich weiß ja nicht! Eins! Wir kommen runter! Aua! Zwei! Drei! Oh Gott! Vier! Hey, Dandy! Vier Diamanten! Sammelt mehr, Leute! Ich will auch Diamanten! Ja, ich sammel dir alle ein! Keine Sorge, es ist für uns alle! Ich bin ja nicht so kürig wie du! Noch mehr! Icky! Noch mehr! Da ist noch mehr! Wow, Leute! So viele Diamanten! Wuhu! Diamantrausch! Oh mein Gott! Schaut mal, hier sind noch mehr! Es hört einfach nicht auf! Ihr müsst auch ganz viele Blöcke sammeln, damit wir rüber zur Diamantinsel kommen! Nicht vergessen! Das macht Buffalo! Ich bin der Farmer! Ich hab schon genug Blöcke! Hast du was? Wir brauchen noch mehr Diamanten! Ja, aber wo sind hier Diamanten? Ich finde keine! Ach, Mann! Also, ich hab zwei Stück! Wir brauchen noch mehr! Nee, mehr gibt's nicht! Okay! Das reicht! Komm, Buffalo! Wir gehen jetzt hoch! Hä? Sammel! Buffalo! Sammel du ganz viel, äh... Steine, damit wir rüberkommen können, okay? Ich hab ganz viel Steine und Erde! Erde geht auch, ja! Nicht runterfallen, Leute! Ah! So! Warte, Buffalo! Lass mal hier... Geh mal da weg! Komm zu mir hoch! Genau! Lass mich mal jetzt zusammen! Ja, so! Nochmal! Ach, Buffalo! Los, Buffalo! So, ich fahr mal hier ein bisschen weiter! Warte zusammen! Eins! Zwei! Drei! Eins! Zwei! Drei! Buffalo! Buffalo! Ich will schaffen! Komm, geh einfach weg! Was macht ihr da? Buffalo ist dumm! Ich komm mal hin für euch mal! Buffalo, hör mal auf! Wir haben nicht so viel Zeit! So, Leute! Ah, ich hänge hier fest! Wo kommt man hier raus? Ach, hier! So, raus hier! Buffalo, ich hoffe, du hast ganz viele Sachen gesammelt, damit wir rüberkommen können! Natürlich! So! Hier! Jetzt craft dich! Gib mir mal alle eure Diamanten, Leute! Willkommen zur Dandys Weizenfarm! Habt ihr Hunger? Ja, mach uns essen, Dandy! Ich mach uns jetzt erstmal hier! Dandy, gib mir mal deine Diamanten! Äh, hier! Nimm! Super! So, dann mach ich uns! Schuhe! Oh! Oh, oh! Oh, oh! Gib mal her den Buffalo! So! Okay, Leute! Wir haben ein Problem! Was ist denn das Problem? Brauchen wir mehr Diamanten? Hier! Einen für dich und einen für dich! Buffalo! Einen für dich und einen für dich! Und für mich! Und jetzt müssen wir... Gib mir mal das Eisen, Leute! Gib mir mal all euer Eisen! Das ist in der Kiste hier drin! Super! So, dann mach ich euch jetzt nochmal ein paar andere Sachen! Wir brauchen Schwerter! Wir brauchen Schwerter! Ja! Ganz genau! Und die mach ich auch jetzt! Ist das echt kein Diamant mehr? So, hier! Ist okay! Wir brauchen keine Diamanten mehr, Leute! Wir kriegen das auch ohne Diamanten hin! Ich brauche ein Eisenschwert! Ich brauche ein Eisenschwert! So, hier! Für Dandy! Für Buffalo! Da liegt doch... Da liegt doch was! Ich habe jetzt alles, was ich brauche, Leute! Wir können rüber zur Insel! Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Bereit! Bist du bereit? Bist du bereit? Bist du bereit? Hey, nicht schlagen! Bist du bereit? Bist du bereit? Hä? Tschüss! Er würde eh wieder hier hochkommen! Guck! Eine Mähne Mou! Und Dandy ist jetzt... Hä? Wo ist Dandy? Oh oh! Vielleicht ist er jetzt für immer weg! Dandy, bist du bereit? Oh! Oh, hi, Dandy! Er kam aus dem Boden! Dandy, du bist ein Gespenst! So, wartet! Hier, Dandy! Du kriegst das hier! Und das! Buffalo, du kriegst das hier! Und das hier! So! Und jetzt müssen wir uns darüber basteln! Zusammen können wir es schaffen! Seid ihr bereit? Dandy! Wo ist Dandy? Ach, da ist Dandy! Hör auf! Wir müssen zusammen rüber! Keine Buffalo-Aktion machen! Kannst du jetzt mal von deiner Medizin mal kosten? Soll ich mich mal runterschlagen? Hör auf! Ich bin kein Gespenst wie du! Komm! Ähm, Bau! Hilf doch! Ja, du wirst mich runterschmeißen! Ich helf dir gar nicht mehr! Nein, ich helf dir nicht! Äh, ich... Was? Ja, okay! Ich, äh, begutachte eure Arbeit! Leute! Einmal in deinem Leben! Hilf uns doch mal! Was soll das denn? Ich heiße jemand! Wo ist denn die? Wo ist denn die? Hör auf jetzt, Dandy! Komm her! Hilf uns! Hinter euch! Das Monster! Dandy, hilf uns! Hier ist kein Monster! Mann, Dandy, immer bist du auf so gierige Sachen! Hilf uns doch mal! Dandy! Dreht euch um! Dreht euch um! Dandy, aber kein Wunder, dass du so dick bist! Esso, du bist dick! Du hast immer Schulden! Du nervst nur! Hilf uns jetzt! Hilf uns jetzt! Nein! So, zack! Bofflo, er hat reucht! Natürlich hatte ich recht! Was ist das? Das ist wirklich ein Monster! Dandy, ist das dein Onkel? Nein! Oh, guck Leute! Dein Onkel ist noch größer! Wer ist das? Dein Onkel ist noch größer! Wartet, Leute! Wenn du jetzt da rüberkommst! Wir kämpfen gegen den! Der ist niemals! Das ist echt unheimlich! Wir müssen jetzt alle dem Video ein Like geben! Wir werden jetzt gegen den kämpfen! Komm! Dandy, bist du bereit? Bist du bereit? Ich bin bereit! Ich bin bereit! Aber Dandy, kannst du jetzt mal bitte helfen? Ey, ich hab das keinen Platz! Mach mal jetzt schneller! Das Monster guckt mich schon so böse an! Warum machst du nicht hier noch einen Gang oder so? Als es hat irgendwas zu machen, guckst du nur zu! Dandy, so geht das nicht weiter mit dir! Er geht einfach nach oben! Ich mach die Sky-Taktik! Warte, Bofflo! Ich brauch noch ein bisschen... Oh, der End-Boss! Der End-Boss! Er greift an! Bofflo, pass bloß auf dich auf! Der wird uns runterkicken! Wir werden die Maschidi kämpfen können! Warte, doch! Ich hab keine Steine mehr! Warum haben wir keinen Bogen oder so? Dandy, bleib vorsichtig! Ich geh hier unten rum! Ich hau ihn jetzt! Ich hab noch... Oha! Ah! Ah! Icky! Icky! Wo ist Icky? Ich bin da! Warte! Icky, wenn er sich... Wenn er sich... Wenn er sich... Ich bin da rüber, Bofflo! Okay, ich hab's geschafft! Ja! Ich bin auch drüben! Hau ihn doch! Vorsicht! Das geht... Das geht halt nicht! Er ist zu groß! Au! Er brenne! Ich brenne! Bofflo, hau ihn! Bofflo! Bofflo ist tot! Hilfe! Bofflo! Wir brauchen einen Wassereimer! Wir brauchen einen Wassereimer von drüben eigentlich! Oh ja, wieso haben wir keine Eimer gemacht? Darf ich das machen gehen? Nein, nein, nein! Hilf uns jetzt lieber! Komm! Wir haben ihn doch gleich! Hau einfach drauf! Ja, ich hau ihn schon drauf! Wir haben ihn in der Kombo! Ja, wir haben ihn in der Kombo! Bofflo, wo bist du? Kombination! Bofflo, ich beschwöre dich wieder zurück! Ich bin hier auf der Insel! Er ist auf der Insel! Komm! Ich komme! Bofflo, wir haben ihn gleich! Wir haben ihn gleich! Und weg mit dir! Ja! Wir haben es geschafft! Jetzt haben wir so viele Diamanten als Belohnung! Juhu! Und Freunde, wenn euch das Video gefallen hat und ihr jetzt das cool findet, dass wir ganz viele Diamanten hier farmen können, dann gebt dem Video ein Like, also einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal hier und drückt rechts auf die Glocke, damit ihr Teil der Icky-Armee werdet! Bis zum nächsten Video! Tschüssi! Tschüssi! Tschüss! Tschüssi! 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 Bis zum nächsten Mal.